Na gut, machen wir mal einen Sprung drauf. So. Jetzt nochmal. Wir heilen uns wieder. Okay, noch eine Bauchlandung. Hier drauf. So. Okay, eine wird eh fliehen. Gehe ich mal von aus. Autsch, verdammt. Oh, daneben. Yeah. Und? Mist. Falsches Timing. Man kann sich auch da ducken. Ich weiß nicht, warum das geht, aber es funktioniert. So. Ha. Du bist auch gleich tot, warte. Ja, ich heile mich wieder, das ist schön. Und einmal eine Bauchlandung hier drauf und dann... Stürp. So. Na toll. Ha. Okay, die Frage ist, wer davon ist welche. Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal die hier hinten. So. Und dann... Komm, eine Bauchlandung hier drauf. Stürp. Ich hoffe, die letzte haut nicht ab. Die bringen doch ein paar Sternpunkte hier wenigstens. Die anderen bringen ja nichts. Wenn ich jetzt die richtige treffe, ne? Dann... Kann ich die sogar... Kann ich die sogar... Mist. Tod machen? Bevor sie abhauen wird. Verdammt. Sie wird abhauen. Tschüss. Tschüss. Oh, die sind so feige, Mann. Ich brauche die Sternpunkte. Wie fies. Ich hasse das. Ich hasse das. Aber ich kriege ein paar Blütenpunkte. Das ist auch schön. Ein paar Blumen. Und, äh... Eine Münze. Oh, Mist. So, ihr bringt doch hoffentlich auch nochmal was. Drei Stück davon? Was? Okay. Erstmal hier auf Kamek. So, stopp. Naja, das wird nicht reichen. Aber jetzt nochmal... Hm. Theoretisch. Ach, das war ja doof. Was mache ich denn da? Ich bin so dämlich. Sternenergie kann jetzt nicht aufgeladen werden. Danke, dass du mir das sagst. Da. Naja. Hä? Irgendwie haben nur zwei angegriffen. Verteidigung erhöht sich um... Eins? Jetzt? Okay. Ich wollte eigentlich Folgendes machen. Einen Sternensturm auf alle Gegner. So. Na komm schon. So. Sterbt ihr alle. Ihr Elenden. Aber die werden so schnell nicht sterben, ne? Ist klar. So. Und jetzt... Mache ich mal einen Tod. Zum Beispiel den hier. Ich hoffe, das reicht. Ich vermute nicht. Doch, das reicht. Okay. Gut. So. Und jetzt würde ich gerne folgendes... Hier einmal... Himmelskuss auf mich. So. Okay. So. Ha! Oh, ich heil mich ein wenig. Das ist toll. So, jetzt nochmal eine Bauchlandung. Genau. Das reicht nicht. Aua, verdammt. Ist ja blöd. Ein Hammer hier drauf. Das müsste ihn umbringen, theoretisch. So. Ja, jetzt ist er tot. Okay. Jetzt noch eine Bauchlandung. Das bringt ihn nicht um. Aber... Wenn ich jetzt... Warte. Aua, Mann. Also wenn ich jetzt... Ja, ja. Ist ja gut. Wenn ich jetzt folgendes mache. Einmal Fokus auf Mario. Äh, also generell Fokus. So. Okay, dann lade ich das schon mal ein wenig auf. Und ich kann jetzt auch folgendes tun. Eine Bauchlandung. Stirb, du Elender. So. Ha. Okay, das gibt immerhin 11 Sternpunkte. Fehlen ja gar nicht mehr so viele. Noch 161 bis zum Maximallevel. Sofern das... Level 25 das Maximallevel ist. Ich gehe mal davon aus. Ne, habe ich jetzt eigentlich... Ich habe schon wieder so viele Münzen voll... Äh, also gesammelt. Nicht voll, aber gesammelt habe ich die... Oh. Oh, das ist ja cool. Wie praktisch. Aber ich würde auch gerne speichern. Ich begebe mich einfach mal... Du bist nicht Prinzessin Peach. Oh Mario, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich bin dir ja so dankbar. Hä? Oh, ich? Ich habe einfach den passenden Moment abgewartet und bin davon gelaufen. Du musst gar nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich mich ja schon in Sicherheit befinde. Verstehst du? Kein Grund zu kämpfen. Lass uns schnell nach Hause gehen. Ich werde dir folgen. Lass mich doch in Ruhe. Du wirst mich doch verarschen. Die lässt mich gar nicht durch. Ey, die kann mir gar nicht... Hallo? Ach, wie praktisch. Siehst du, so ein Geist ist das wieder. Stimmt was nicht, ein verdächtiger Kerl? Ich... Ich habe nichts gesehen. Du hast du dir noch eingebildet. Wie du willst. Du möchtest die Leute im Pilzverlast retten. Wen kümmern die schon? Du bist nicht die echte Peach. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Lass uns von hier verschwinden. Ach, Mann. Was soll ich denn machen? Also irgendwie, ne? Was muss ich denn machen? Die ist doch schon enttarnt. Ich weiß so, dass das nicht die echte ist. Autsch! Oh, wie kannst du nur? Du bist so grausam angeworen. Wirst du mir wehtun? Ich werde dich bei König Bowser verletzen, sodass du so gemein... Dass du so gemein zu mir bist. Oh, was? Stimmt was nicht, Mario? Ein verdächtiger Kerl? Ich... Ah... Mann! Alter, lass mich doch einfach durch, du blödes... Prinzessin... Nachmach-Dings. Und jetzt... Folgt die mir? Nö. Hä? Was muss ich denn machen? Jetzt reicht's mir aber... Ah! Siehste. Hey! Jetzt reicht's mir aber mal hier. Moment. Ich probier mal... Krupa, wo bist du? Da bist du. Gut. Autsch! Wie kannst du nur? Bla bla bla. Hä? Dass einem auch nicht gesagt wird, was man machen soll, ne? Die folgt mir gar nicht. Na sowas. Was? Ja, entfällt ich dir was? Klar, Pilzverlast retten. Wir haben keine Zeit. Okay, lass uns von hier verschwinden. Gut, okay. Das kennen wir ja schon irgendwie. Die läuft auch wieder zurück, ne? Nein, Au, aufhören! Bitte nicht! Helft mir, König Bowser! Okay. Nein, Au, aufhören! Bitte nicht! Okay. Nein, Au, aufhören! Verstehe. Oh, Mann! Hallo? Kann mir irgendjemand sagen, was ich tun soll? Ich hab ja noch... einen Buh hab ich noch. Die kann mich unsichtbar machen. Was passiert dann, wenn ich jetzt... unsichtbar werde? Ja, genau gar nichts. Okay, ja, der Freund ist... Ich will ja auch gar nicht wechseln. Hä? Ihr wollt mich doch veräppeln. Der sieht mich und haut ihn ab. Verstehe ich nicht. Wie kann ich mich jetzt dran vorbeischleichen, ist die Frage. Ich glaube gar nicht, kann das sein? Also irgendwie hab ich das Gefühl, hier nicht weiterzukommen. Ich weiß auch nicht, aber nee, den anderen Weg gibt's ja nicht. Ich bin ja von da gekommen. Wo soll ich denn sonst lang? Ich muss ja hier... Ja, ja, das kommt mir sehr bekannt vor hier. Äh, hallo? Was muss ich machen? Hm. Oh, was stimmt was nicht, Mario? Ein verdächtiger Kerl. Ich hab nichts gesehen, das hast du dir nur eingebildet. Du willst, du solltest im Blitzwahrer sind, wen kümmer dich schon? Wenn ich schneller bin, als wir uns jetzt im Peach, geht da... Moment mal. Halt, warte, 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 warte. Ha! Irgendwie läuft die langsamer als ich, verdammt. Ich glaube, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Lässt mich auch nicht durch. Was soll ich denn machen? Also gut, wenn ich jetzt bis hier hinten gehe und wieder zurück, passiert das. Ich mache immer das Gleiche, ne? Und ich kriege es nicht hin. Wen kümmert die schon? Frage ist, wie greife ich den anderen an? Moment. Nee, das will ich nicht. Ach, was mache ich denn hier? Guck. Nee, warte, okay, bei dieser Säule da, gut, da ist jetzt kein Anhaltspunkt irgendwie, wo ich das machen muss. Moment, eins, zwei, vier, bei dieser Säule muss ich mal ganz kurz... und jetzt ist er explodiert und dann nix. Oder? Warte mal, halt. Ja, die folgt mir gar nicht. Ja, komm einfach mit. So. Okay. Und jetzt? Nee, der ist da, bei dem Ding hier. Eins, zwei, drei. also das Einzige, was mir einfällt, ist tatsächlich, dass ich hier jetzt... also das Einzige, was mir einfällt, alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Okay, jetzt, ich hab ihn doch schon... Mist, das war nicht nah genug, verdammt. Okay, folgendes. Also, folgst du mir? Nee, ah doch, du folgst mir, okay. Hey, Hallöchen, bis hier jetzt und dann... Hab ich den noch? Ich hab ihn doch... Das geht auch nicht, ne? Ich habe fast die Befürchtung, dass das auch nicht die richtige Taktik ist. Aber ist das verbuggt oder bin ich einfach noch zu blöd? Wen kümmern die schon? Jajaja, schon klar, aber jetzt? Wie soll ich die denn entlarven? Nee, also treffen kann ich den offensichtlich auch nicht. Jetzt reicht es mir. Ich probiere mal den Hammer. Hatte ich den schon? Autsch, oh, wie grausam. Ich werde verpetzen. Also gut, die folgt mir ja auch nicht, ne? Die läuft immer ein bisschen langsamer als ich. Egal, was ich tue, die läuft aus dem Bild raus. Wenn ich jetzt hier weitergehe? So langsam bin ich echt ratlos. Nee, wenn ich hier weitergehe, folgt die mir auch nicht. Hä? Willst du mich verarschen, Spiel? Hm. Ja, okay, gut. Der haut ab. Jetzt reicht es mir. Warte. Moment. So, jetzt. Okay. Also, hier, Moment. Ja, Flugmodus ausschalten und WLAN für bla 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 bla. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt hier kein Dings drin. Keine Störgeräusche. Wenn doch, tut mir leid. Aber jetzt gucke ich mal hier nach. Also, ihr seht das jetzt natürlich nicht. Paper, Mario, komp, ich kann mit dieser, also ich weiß nicht, ich kann mit diesen, seit iOS 7 kann ich nicht mehr richtig tippen. Komplett lösen, gut vorher auch nicht, aber irgendwie ist es schlimmer geworden, glaube ich. So, ich weiß nicht, ob von euch irgendwer, Ach, Mann. Das war das falsche, Moment. Das war falsch. Super Paper Mario, ey, wollt mich doch alle verarschen. Hallo. Hier, Paper Mario, mein Gott. Komplettlösung, ne, Teil 8, Bist du richtig? Kristallende Träume? Ne. Aha. Okay, Moment. Leid abbrechen. Äh. Kriege ich noch neue E-Mails? Was? Ach, 5 neue E-Mails, das ist auch schön. Showdown unter Sternen. Pegel wieder senken, das gehen wir ja so rechts. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier? Boah, siehe kein Plettlösung, ist echt übersichtlich. Mhm. Okay. Ich soll auf sie einhauen, einfach mehrmals. Boah, wer soll einer drauf kommen? Mann, hallo, Flugmodus wieder reinmachen, es tut mir leid, sorry, dass ich jetzt nachgucken musste. So, also, auf Peach einhauen, verstehe. mehrmals vor allem. Da soll man drauf kommen. Die sagt, Autsch, und dann passiert da nichts. Und dann sollst du drauf kommen, dass du mehrmals drauf einhauen sollst. Das ist doch so. Ja, Autsch, bla bla bla. Wieso bin ich denn nicht drauf gekommen? Mann. Ach Mist, ich frage mich, wie du meine Verkleidung durchschaut hast. Sie war perfekt. Tja, dann kann ich, äh, da kann ich ja nun nichts mehr dagegen tun. Dann muss ich dich eben ordentlich verprügeln. Ach, wie schrecklich. So, gut. Das ist echt, natürlich, vier Stück. Wo kommen die auf einmal her? Verstehe ich nicht. Sprung. Hopps. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben die haben. Machen wir mal eine Bauchlandung drauf. Reicht das schon? Nö. Okay, die haben etwas mehr Leben offensichtlich. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, die hatten etwas mehr, aber ich weiß nicht, wie viel. So, man macht ja alle das gleiche, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die sind so einfallsreich. Jetzt habe ich hier vier Fische. Okay, Multisprung. Reicht das? Offensichtlich reicht das nicht. Der Erste ist zumindest nicht tot. Dann machen wir noch eine Bauchlandung. So. Hier drauf. Jetzt bist du tot. Siehste? So. Aua. Mann. Drecksfisch. Ich hasse diesen Fisch. Moment mal. Das ist doch eigentlich mein Begleiter. Ich hasse ihn doch nicht. Naja. So. Ha. Gut. Multisprung machen wir mal. So. Denn wenn ich jetzt hier eine Bauchlandung mache, ne? Warte. So, die geben gar keine EP? Ernsthaft? Gar keine? Ihr wollt mich doch komplett vergag eiern. Vergag eiern. Auch kein schlechtes Wort. So. Na, daneben. Ha, ha, ha. Beinahe. Tja, so ist das Leben. Ha, das war gut. Yeah. Ach, wie schön. Ha, das war auch gut. Wie schön. So. Okay, folgendes. Ich mache einen normalen Sprung hier drauf. Dann müsste der eigentlich so langsam sterben, ne? Ja, und jetzt noch eine Bauchlandung auf den anderen. Warte. Stopp. Stopp. Ne, das bringt ihn nicht um, oder? Ne. Okay. Okay. Okay, die machen immer nur das eine Dings da. Die machen ja nicht viel. Cool. So. Okay. Jetzt hier drauf einsprungen. Dann müsste auch der hier sterben. So. Und jetzt würde ich eigentlich gerne folgendes, ne? Hier eine Bauchlandung drauf. Genau. So. Der ist noch nicht tot. Aber. Aber wir können jetzt. Moment. So. Ja, gut. Jetzt würde ich gerne nehmen. So. Zuerst hier. Fokus. Genau. Das lädt meine Sternenergie ein wenig auf. Das ist praktisch. Jetzt nochmal ein Sprung auf Sushi? Fragezeichen. So. Finde ich ja genial. Ich habe jetzt hier so einen Kampf gegen vier Gegner und kriege überhaupt gar keinen Sternpunkt. Wer denkt sich denn das aus? Mann, Mann, Mann. Gut, die sind jetzt natürlich nicht sonderlich stark, aber trotzdem. What the fuck?